Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und gemeinsam mit Marcel Wyszynski unter dem Titel Gemeinsam frei und fair Modelle des gemeinwirtschaftlichen Open Access Publizierens einen Einblick in unser Teilvorhaben des Eladoa-Projekts zu geben. Und genau, wie meine Kollegin Evin Dalkilic eben schon gesagt hat, ist es eben ein Verbundprojekt, das wir gemeinsam mit dem Verfassungsblock durchführen. Ich würde jetzt direkt mit unserem Teil einsteigen, da meine Kollegin ja schon die Hintergründe erläutert hat. Genau, wir sind im Oktober 2023 mit dem Projekt gestartet und die Idee ist es ja, in einem offenen Prozess sozusagen ein gemeinwirtschaftliches Diamond Open Access Publikationsmodell zu entwickeln und eine Vorstufe sozusagen oder eine Vorarbeit dessen bildet unser Bericht zu gemeinschaftlichen Publikationsmodellen. Also wir befinden uns jetzt gerade hier. Was wir heute jetzt nicht machen, ist eine Liste an Finanzierungsmodellen bereitzustellen. Die wird in unserem Bericht verfügbar sein, der im Anschluss und mit dem Feedback der Open Access Tage veröffentlicht wird. Genau, und wir starten jetzt quasi, oder ich will heute einen Einblick geben in diesen Bericht. Der besteht einmal aus einer Literaturanalyse und aus Expertinneninterviews. Und der Ausgangspunkt ist eben, dass wir einen Bedarf an alternativen Strukturen für die Finanzierung und Organisation von Diamond OA Publikationen sehen. Das hat unter anderem das Projekt Scholarlet Plus gezeigt und der Bericht möchte da ansetzen und die beiden Leitfragen quasi beantworten. Einmal, was ist unter dem Begriff der gemeinwirtschaftlichen Förderung zu verstehen und welche Modelle gibt es bereits oder sind im Aufbau begriffen. Genau. Einen ganz kurzen Einblick in die Literaturrecherche, wobei ich den Fokus gleich gerne auf die Interviews richten würde. Wir haben verschiedene Publikationstypen, Arten analysiert, die Sie hier auf den Folien sehen, zum Beispiel Fachliteratur, Policy Paper, Stellungnahmen, Memoranden. Und wir wollten quasi so einerseits das dynamische Feld abbilden, andererseits aber auch das Fehlen einer zentralen Datenbank ausgleichen. Also wir haben quasi uns auf Datenbanken bezogen. Existierende Datenbanken wie zum Beispiel Copim haben diese dann aber ergänzt und ausgebaut. Genau. Wir haben die Literatur dahingehend begrenzt, dass wir keine lexikalischen Definitionen von Diamond OA erfassen wollten, sondern eben neue Publikationsmodelle oder Finanzierungsansätze. Genau. Wir haben dann quasi schlagwortbasiert, sind wir vorgegangen und haben die ausgewählten Studien dann mit qualitativen Verfahren in einem Spreadsheet dargestellt und analysiert. Und dabei sind wir auf die Liste folgender Themen gestoßen, die eben wiederholt in der Literatur vorkommen. Und das sind zum Beispiel Gemeinschaft, Kollektiv, Community, aber auch Ethikwerte, Prinzipien, aber auch sowas wie zum Beispiel Wissenschaftspolitik. Genau. So viel erstmal zur Literatur. Das war quasi, um herauszufinden, was wird vielleicht unter dem Begriff der Gemeinwirtschaft in der Literatur verstanden und welche Modelle oder Ideen werden damit in Verbindung gebracht. Und als zweites haben wir eben Expertinneninterviews geführt. Das waren 17 Stück an der Zahl mit vorwiegend nationalen Expertinnen oder Personen, die wir als Open Access Professionals identifiziert haben. Dazu auch drei internationale Expertinnen. Und genau, wir haben semi-strukturierte Leitfahneninterviews geführt, genau im Zeitraum vom 28. Februar bis zum 15. April. Und diese Interviews sollten quasi die Literatur ergänzen und bisher unveröffentlichte Perspektiven darstellen oder auch marginalisierte Perspektiven. Und die Auswahl der Interviewpartner haben wir mithilfe der Methode der gezielten Stichprobe durchgeführt. Das haben wir gemacht, um quasi, oder die Methode erlaubt ist, besonders informationsreiche Fälle zu identifizieren, die natürlich im Hinblick auf das Forschungsziel relevant sind. Und natürlich beschränkt man so immer die Grundgesamtheit und limitiert die. Um aber die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen und dem ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir uns auf das Stakeholder-Mapping des Auroa-Projekts bezogen. Haben das quasi als Ausgangspunkt genommen, um verschiedene Gruppen zu identifizieren und dann wiederum Personen, die wir interviewen wollten. Und genau, das sind jetzt unsere Stakeholder. Das sind einmal wissenschaftliche Bibliotheken und Infrastrukturen, Fachvertretungen, Open Access Verlage und Zeitschriften, die Forschungsförderung, genau, und Initiativen und Projekte. Wir haben jetzt zum Beispiel einzelne Wissenschaftlerinnen ausgeschlossen aus dieser Grundgesamtheit, da wir, oder aus diesem Sample, weil wir die eben, weil die nicht an Finanzierungsfragen zu beteiligen sind, beziehungsweise wir uns halt eben auf diese Modelle fokussieren wollten. Genau, diese Stakeholder stehen für uns in konstantem Austausch und agieren innerhalb dieser Rahmenbedingungen. Also einmal gesetzliche Rahmenbedingungen, wie wir eben gehört haben, Prinzip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, strukturelle Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel eine limitierte Förderung oder auch Open Access Rahmenbedingungen. Genau. Die Experteninterviews haben wir semi-strukturiert, mithilfe eines Leitfadens geführt. Der hat quasi Schlüsselthemen umfasst, die Sie hier auf den Folien sehen können. Wir sind mit einer Frage zum Begriff der Gemeinwirtschaft gestartet und haben dann vier konkrete Themenfelder abgedeckt, wie zum Beispiel Risikoabschätzung oder Finanzierung und Nachhaltigkeit und haben dann quasi mit einer offenen Runde geendet. Die Methode des semi-strukturierten Leitfadeninterviews gibt natürlich immer die Möglichkeit auf, das Wissen der Expertinnen und dem Input von denen quasi darauf einzugehen. Und genau deswegen haben wir uns dafür entschieden. Im Nachgang haben wir die Interviews mithilfe von qualitativen Methoden der Inhaltsanalyse in Anlehnung an Meiring ausgewertet. Das ist quasi computergestützt und mithilfe von MaxQDA erfolgt. Ja, und jetzt möchte ich gerne noch erste Einblicke in diese Interviewstudie geben oder Beobachtungen mit Ihnen teilen. Das ist wichtig, dass es immer im Hinblick auf unser Forschungsinteresse zu verstehen ist, also gemeinschaftliche Modelle, gemeinwirtschaftliche Modelle. Und genau, im ersten Schritt wollten wir uns eben diesem Begriff der Gemeinwirtschaft empirisch nähern und haben die Expertinnen befragt, was sie darunter verstehen. Dabei haben wir festgestellt, dass es einen sehr unterschiedlichen Verständnis gibt. Einige Expertinnen noch nicht von dem Begriff gehört haben. Andere fassen darunter etwas wie zum Beispiel auch nicht kommerziell oder Gemeinnützigkeit oder auch die Orientierung am Commons-Begriff, der ja irgendwie diese Orientierung am Gemeinwohl beinhaltet. Und andere haben aber auch kritisch angemerkt, dass, ja, oder die Frage gestellt, brauchen wir jetzt einen neuen Begriff, gibt es nicht genug Begriffsdiskurse, hindert das nicht vielleicht die weitere Etablierung von Diamond OA. Und andere Expertinnen haben betont, dass der Begriff weiter ausdifferenziert werden muss. Und zum Beispiel hier der Vorschlag, ja, auf der Folie, quasi gemeinwirtschaftliche Modelle müssen getrennt von institutioneller Förderung betrachtet werden. Dazu auch das Zitat. Ich würde vorschlagen, dass man versucht, mit der Gemeinwirtschaft das zu bezeichnen, was also jetzt rein fiskalisch betrachtet zur freien Wirtschaft, zur Privatwirtschaft gehört und davon abgrenzt, was das Institutionelle ist. Auch wenn man das jetzt kulturell betrachtet, beides unter Gemeinwirtschaft fahren kann. Aber fiskalisch sind das einfach echt unterschiedliche Sachen. Genau, dann haben wir natürlich auch nach dem Thema Risikoabschätzung abgedeckt und nach Herausforderungen gefragt. Neben der sehr bekannten Herausforderung der dauerhaften und projektunabhängigen Finanzierung wurden auch Themen wie personelle Ressourcen, Reputation und Interessenkonflikte genannt. Hier zum Beispiel die personelle Fluktuation und Engpässe als zentrale Herausforderung. Einige Experten haben das aber auch umgedreht und haben quasi die Vorteile von einer gemeinschaftlichen Organisation betont, die dann vielleicht zu einer Verteilung der Lasten auf mehrere Schultern führt und auch zu mehr Flexibilität und die Verringerung von Abhängigkeiten. Auch im Hinblick auf gemeinschaftliche Modelle wurde auch Reputation natürlich als zentrale Herausforderung beschrieben. Dazu auch passend das Zitat. Also was wir jetzt gerade besprochen haben, ist, welche weiteren Hindernisse zu Diamond Open Access es gibt. Und das ist halt oftmals die noch mangelnde Reputation der Publikationsorte. Und da beißt sich natürlich die Katze irgendwie selbst in den Schwanz. Wenn man dann der Meinung ist, dass das nur eine Resterampe ist für Artikel und Bücher, die ich nicht irgendwo anders unterbringe, dann wird das natürlich zwangsläufig zu einer solchen Resterampe. Genau. Weiterhin waren aber auch oder wurden von den Befragten Personeninteressenkonflikte genannt als zentrale Herausforderung gemeinschaftlicher Modelle. Das sind einmal das Ausbalancieren unterschiedlicher Einzelinteressen, aber auch Einzelinteressen auf der einen Seite versus Gemeinwohl auf der anderen Seite. Einige Expertinnen haben aber auch betont, dass die tatsächlichen Konflikte nicht unbedingt zwischen den einzelnen Stakeholdern der Diamond Open Access Community entstehen, sondern zwischen kommerziellen Verlagen auf der einen Seite und eben Diamond OA Stakeholdern auf der anderen Seite. Genau. Interessant ist, dass bei allen Herausforderungen die Expertinnen auch immer konkrete Lösungsansätze mit gedacht haben. Einige sind vielleicht offensichtlich oder wiederkehrend, wie zum Beispiel eine Stärkung der Transparenz, aber auch die Frage, wer trägt eigentlich die Verantwortung, die Erhöhung von Markenbildung, Sichtbarkeit und Reputation oder auch geteilte Infrastrukturen. Aber es wurden eben auch konkrete Lösungsvorschläge sozusagen gemacht und zum Beispiel die Idee skizziert, Publish for Free als förderfähiges Produkt zu begreifen oder missionsgetriebenes Open Access zu praktizieren. Eine weitere Idee war zum Beispiel, einen festen Prozentsatz festzuschreiben, der nicht nur eben in Open Access geht, sondern der nochmal explizit in die Förderung gemeinschaftlicher, fairer Diamond Open Access Modelle geht. Genau. Dazu bräuchte man natürlich eine tragfähige Definition von dem, was denn untergemeinschaftlich oder gemein wirtschaftlich zu verstehen ist. Weiterhin wurde aber auch darauf hingewiesen, sozusagen Erwartungsmanagement zu betreiben und sich genau anzuschauen, wie soll die Transformation aussehen, wie umfassend soll diese aussehen. Dazu auch das Zitat auf den Folien. Aber ich glaube, es braucht eben auch ein bisschen das Nachdenken darüber, wo wollen wir eigentlich hin, wie realistisch ist ein 100-Prozent-Ziel als Standard für alle Disziplinen oder wollen wir das Brötchen kleiner machen, aber dafür eine sehr starke Open Access-Landschaft haben. Aber wie gesagt, ohne Finanzierung werden selbst die kleinen Brötchen schwierig zu backen. Genau. Ich würde jetzt noch einmal erste Zwischenergebnisse vorstellen. Also das, was wir aus der Literatur, aber auch in den Interviews gesehen haben, ist eben, dass die Bedeutung von Kooperation und Gemeinwohlorientierung in der Community des wirtschaftlichen Publizierens oder des wissenschaftlichen Publizierens, nicht wirtschaftlichen, fest verankert ist. Der Gemeinwirtschaftsbegriff benötigt noch weiterer Definitionsarbeit. Es gibt Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den unterschiedlichen Gruppen. Es ist aber auch interessant, dass so eine gemeinschaftliche Organisation eben laut der befragten Expertin womöglich Risiken abfedern können. Darüber hinaus ist es wichtig, Publizieren als ganzheitliches Modell zu begreifen. Und was wir jetzt eben weiter vorhaben im Projektverlauf, ist, ja, Workshops durchzuführen, die quasi die Frage, die jetzt unten steht, dann beantworten soll. Also wirklich, durch welche Merkmale zeichnet sich eine gemeinwirtschaftliche Organisation aus? Und es besteht eben auch weiterhin der Austausch und die Kommunikation von Bedarfen, weil wenn es da quasi Verständnisschwierigkeiten gibt, oh, Entschuldigung, zwischen den einzelnen Stakeholdern, dann, ja, ist das eben ein zentrales Problem. Und das wollen wir eben in diesen Workshops aufgreifen und dann genauer mit der Community vielleicht auch Ihnen und Euch in Kontakt treten. Und dazu erlaube ich mir jetzt auch noch eine kurze Einladung, nämlich der erste Workshop, diese Reihe findet am 17. Oktober gemeinsam mit Koala AV statt. Der soll sich mit Finanzierungsfragen beschäftigen. Der ist leider schon etwas ausgebucht, aber wir führen noch vier weitere Workshops durch, unter anderem zu Governance und Community Building. Dann gibt es, wenn Sie weitere Projekte aus der BMBF-Förderlinie kennenlernen wollen, gibt es eine Art Blitzlichtveranstaltung am 24. Oktober. Da sind unter anderem auch Koala AV, Ole Consort und Diamond Thinking dabei. Und am 10. Dezember startet unsere Webinarserie zu rechtlichen Perspektiven auf Diamond Open Access. Genau. Dann vielen Dank. Applaus Vielen Dank.